Und da sind wir schon wieder bei Left 4 Dead 2 Moin So los jetzt Oh ja Oh Gott Hier musst du nur schnell sein ne Ja komm schon komm schon Ich bin direkt hinter dir Oh mein Gott Ich bin direkt hinter dir Hey die Pugeln tun weh Los 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 Nicht zurückfallen Sonst tut Wie fällst du zurück Oh der Coach Hat Probleme Gehen wir zum Alarm ja Ja ich kümmerle zu Wenn ich da hinkomme Wenn ich da hinkomme Ich bin direkt Nein 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 Alter Ist nie los Nein Oh Gott Hast du den Alarm ausgeschaltet Ich brauche Hilfe Sauf nicht so viel Ok Schleller, schneller, schneller Los, schalten, raus Sehr schön Der Jokio, der macht das schon Ihr seht schon, ihr macht das prima Wie er schießt, wie ein Jäger, der Nacht Jagd Es ist tagsam, auch egal Mich wundert, dass er noch nicht Gebissen wurde, sieht ihn, wie er Sportlich arbeitet, nicht mal Blut hat er An seiner Kleidung Er ist einfach nur dreckig Er beißt mich nicht, ihr Schweine Ich hau mir meine Egenthacken aus Du bist ja ganz alleine Wundert euch nicht, die Schmerzen gehen nie wieder Ich glaube, jetzt wird's eng Boing Kommst du klar? Ich muss nur noch sterben Einer weniger Dass die Gitarre noch nicht kaputt ist Spiel mir das Lied vom Tod 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 Ja, da kommt schon die Nächsten. Hast du meine Waffe geklaut? Ja. Penis! Oh, hat er! Schlecht. Ich komme mit Hunter nicht klar! Geh weg! Da ist er! Läuft doch! Hunter sind deine besten Freunde. Da ist noch irgendwas anderes. Ein Splitter oder sowas. Boing! Okay, Bitches. Es geht weiter. Splitter! Ja, jetzt Spitti! Komm her! Zack! Das macht ihr wie der Pro. Jetzt könnte aber mal ein Raum kommen, wo wir alle drin sind. Ah, da ist der Safe Room. Na! Hinter dir! Oh mein Gott! Das sind doch die alle! Niemand, du Schwein! Und das, liebe Kinder, passiert, wenn man zu viel angeben will. Schnapp mir einen Schuss! Schnapp mir einen Schuss! Okay, dann geht's weiter. Gib mir einen Kuss! Okay. Ähm, na was? Was? Man merkt einfach, dass ich, ja, gesund bin. Und diesmal überlebt, dass alle, alle so gehört. Und das ist nicht. Das war's nicht so... Ich hab' mich nicht gestoppt. Nö. Dann mach' ich weiter. Ich hab' mich nicht gestoppt. Ich wundere mich gar nicht mehr. Ja, so ist das halt, wenn man Mitbewohner hat. Ja, leider. So, das wäre ein Spitter. Lade nach! Karte, weg! Karte! Posting? Oh. Uuuh! Warte nach! Aua! Aua! Noi! Ah! Ich hätte mich gerade noch Peter ausgeschaltet. Ich bin halt so ein Sklaven-Typ, weißt du. Ja, dann haben wir den Nächten immer wieder. Jeder hat sich eine Waffe. Ja, dann soll ich mich mal hier mit. Ich halte mal endlich still und lass dich verarzten. Ja, Mann. Hör doch mal auf den guten Coach. Apropos, ich müsste auch mal... Ich heil mich, brauch Deckung. Alice, bin hier. Voll fast. Oh, ja. Oh, ja. Oh, es hat so gepasst. Es liegt hier, schön ist das die zufällig? Nein. Go, 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 go. So, dann sind wir gleich wieder an der verhängnisvollen Stelle. Oh, ich hab dir gesagt, die hat da mögen. Lade nach. Lade nach. Lade nach. No, no. Nach, 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 nach. Dir geht's gut? So weit? Ja. Sind wir vorn kugelsicher. Seht man doch, oder? Oh, ja. So, ich nehme mir noch meinen Shotgun. Ach, ne, die liegt diesmal gar nicht da. Sind andere Waffen hier? Hier sind Gewehren. Lade nach. Random Waffen. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Aber ja, da kann es eben plötzlich nicht herunterlachen. Achtung. Aufpassen. Lade nach. Da sind Blumen. Booba. Lade nach. Ich halte drauf und du kriegst den Kinn. Ich lade nach. Go, 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 go. Achtung. Lade nach. Hallo. Alter. So, go, go, go. Ja, tut gut. Ich komm schon. Aber noch einen Adrenalinsschuss reinglauern. Jo. Unterstützung. Du weißt ja, wie das ist, ne? Nicht zurückfallen. Ah, das ist los. Rochelle ist die erste, die rochelt. Nein. Oh. Wie gesagt, Rochelle ist die erste, die rochelt. So, komm, 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 hier rüber. Komm schon. Alter. Oh, 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 oh. Sterb da, Alter. Laden ab. Scheiße. Scheiße, Mann. Scheiße. Oh, scheiße. Lade nach. Scheiße. Scheiße. Lade nach. Kommst du? Lade nach. Wir müssen weiterziehen. Der Ring muss zerstört werden. Okay. Wollah, geht's? Richtung Norden. Links oder rechts, Gandalf? Können wir sich erbrachen? Rechts. 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 Wo geht's nur lagern? Wo? Lagerraum wo ich gerade. Keine Ahnung. Wo ist was lagern? Da kommt was. Links. Oh, ich hab Angst. Dich voll geschützt, Kondom schützen. Ich guck's gleich, ich geh da so weiter. David! Na super, ja super. Okay, ich würde sagen, nächster Versuch dann in der nächsten Folge. Das war eine Fail-Runde. Eindeutig. Bis dahin, tschüss. Tschüss.